So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Zuallererst, wo ist der Adi Schatz? Weil jemand nachfragt. Ich glaube, der ist genau hinter mir auf dem Karton. Der war gerade weg. Jetzt habe ich aber was gehört. Und er ist wieder da. Guck dir das an. Er ist wieder da. Adi Schatz, wo warst du denn? Warst du nochmal vor, hast du dir noch ein kühles Getränk geholt? Alles klar. Mach es dir gemütlich, setz dich hin und beweg deinen Adi Schatz. Heute war der Mega Knackrag Raid Day. Mega Knackrag wurde neu eingeführt, konnte als Mega Pokémon natürlich auch wieder shiny sein. Jedes Mega Pokémon, was wir in den Mega Raids hatten, konnte shiny sein, weil Mega Raid Day war. Gab es auch wieder 5 kostenlose zusätzliche Raid Pässe. Das heißt, man konnte 6 Raids heute kostenlos machen. Wer das Ticket hatte für den Mega Raid Day, konnte man sich extra ein Ticket kaufen, hat man nochmal 8 zusätzliche Pässe gehabt. Man konnte also 14 kostenlose Raids machen. Ich mit dem Free-to-Play Account, ich kaufe mir ja nichts. Aber nochmal Dankeschön an den Heiko, an den Fan Raid Go AMK oder hier jetzt halt FVN 2018 AMK. Deswegen heißt das Ignivore ja auch so. Der hat mir das Ticket für den Mega Knackrag Raid Day ja geschenkt. Also der hat das einfach verschickt, ingame. Er wurde das angezeigt. Ich konnte ja nichts dagegen tun. Also musste ich natürlich heute 14 Pässe machen. Ich habe gedacht, wie schaffe ich es denn überhaupt die 6 Pässe zu machen? Ich hatte absolut keinen Plan. Jetzt hat es trotzdem geklappt, alle Pässe zu machen, alle 14. Kurze Zusammenfassung. Wie ist das abgelaufen? Wir sind... Wo habe ich das denn noch? Fange ich denn hier mal an? Hätte ich einfach Knackrag eingegeben. Habe ich doch sogar auch. Warte mal, ich habe... Nicht kann sich entwickeln. Ich habe mir doch hier Knackrag und Alter 0 eingegeben. Wir sind losgezogen in einem Livestream. Ich hatte angekündigt, 14 Uhr Livestream mache ich, dass ich zusammen mit Pupsi, also meiner Freundin, und Jonas, meinem Sohn, dass wir mit dem Kinderwagen so einen kleinen Spaziergang machen, alles was hier in der Umgebung ist. Hier waren dann 6 Arenen. Hat gepasst. Sie hat eh nur 6 Pässe gehabt. Haben wir gemacht. Jetzt haben wir hier ein 2243er Knackrag. Das war das erste, was wir heute dann hatten. gemacht haben. Das ist sogar schon direkt gleich ein recht gutes gewesen. Dann gab es noch das 2201 hinterher. Dann gab es das 2234. Dann das 2202. Das 2210. Das 2208. Und dann waren das, glaube ich, jetzt schon 6 Stück. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waren 6 Raids. Wir sind gestartet am Fledermaus-Turm, sind dann zum Formularfischer, zur Futuristik-Sculpture. Also erst Futuristik-Sculpture, dann Formularfischer, dann Streetart, bemalte Litfaßsäule und zum Graffiti-Pirat. Waren dann fertig. Der Stream war dann auch beendet. Es hat also ungefähr eine Stunde gedauert. Den Stream könnt ihr euch nachträglich auf YouTube angucken. Der ist in voller Länge da. Da seht ihr auch, wer hat im Chat geschrieben, wer hat mitgemacht vor Ort, wer hat sich einladen lassen, wer war im Chat und hat gesagt, ich möchte mitmachen, bitte hier, kannst du mich annehmen, kannst du mich einladen. Gerne, 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 wunderbar. Das hat super gut geklappt. Wir also diese 6 Raids gemacht. Dann zu Hause gewesen. Pupsi, Jonas, die haben dann ihr Ding gemacht. Die hatten ja keine Pässe mehr. Dann ging es für mich aber los. Ich musste meine 8 zusätzlichen Pässe loswerden. Da habe ich schon angekündigt, dass ich dann meine Sachen in die Raid-Gruppe poste, weil ich dann alleine meine 8 Pässe noch loswerden muss, beziehungsweise war ich dann nicht allein. Ich und mein Samyang Bulldog-Account, das waren ja zu zweit, der war auch vor Ort. Ich habe gedacht, falls keiner dazukommt, da habe ich da eine Unterstützung. Erstmal bei der Ausbeute, als Pupsi dabei war, in ihren 6 Raids hat sie 2 Shinies bekommen und ein 2250er, das waren 690er, als Samyang Bulldog dabei war. Mit seinen 6 freien Pässen hat er auch 2 Shinies bekommen. Ich habe dann hier angefangen, also das war hier noch vor dem Stream, da habe ich den ganzen Ablauf geschrieben und dann ab 15.10 Uhr habe ich dann einfach gefühlt dieselbe Runde nochmal gemacht. Ich dachte erst, ich fahre in den englischen Garten und so, aber es hat ja hier geklappt. Du hast ja eine Stunde, bis du das abgelaufen hast, 6 Raids gehabt, wenn du das nochmal machst und nochmal. Also, haben wir nochmal Fledermaus-Turm gemacht, dann haben wir nochmal, ihr seht auch, da haben sich ein paar Leute eingetragen, ein bisschen Werbung gemacht für die Raid-Gruppe. Dann haben wir, 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 nach dem Fledermaus-Turm wieder Futuristik-Sculpture, danach wieder Formularfischer, genau, dann Street Art, Bemalte Lidfass-Säule, dann kam der Clou, der letzte Raid war dann 15.55. Das war der Graffiti-Pirat. Da hat der Stream geendet, nach einer Stunde. Also ungefähr, wenn du so, hast du wieder eine Stunde gehabt und 16.00 Uhr sind ja sowieso wieder neue Raids erschienen. Also habe ich 15.55 Graffiti-Pirat gemacht und 16.00 Uhr direkt nochmal Graffiti-Pirat und dann die Heim-Arena, den Fledermaus-Turm am Ende nochmal als Achte, also nochmal sechs Stück, plus der doppelte Graffiti-Pirat, plus der Fledermaus-Turm, der ist also heute dreimal bespaßt worden, dreimal bespielt worden. Das finde ich gut, früher war das ja anders. Früher ist ja die Arena aufgegangen und drei Stunden lang war der Raid an dieser Arena. Mittlerweile ist es so, dass der Raid eine Stunde an der Arena ist und dann nach der Stunde wieder erscheint und nach der Stunde wieder erscheint. Wenn das also in den drei Stunden dreimal an der Arena ist, wer also weniger Rehen hat, hat mehr davon. Und so habe ich dreimal Fledermaus-Turm heute gemacht. So, das war das Beste also in der ersten Runde. Danach, als ich also nicht mehr gestreamt habe, ging es also mit diesen hier weiter. Die hatten alle Wetterboost. Also in der zweiten Runde, wo der Samyang-Bulder-Account dabei war, gab es Wetterboost. 27,35 war hier das erste. 27,34, 27,34. Dann ist eins geflohen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es stand sogar die Animation wieder da. Last Ball. Und es ist geflohen. Ich habe versucht, jedes mit Silbernaza-Nana-Behre zu fangen. Das hat eine höhere Fangchance. Ja. Nicht die höchste. Das hätte ja die goldene Himi-Behre. Aber eine höhere, weil ich die Bonbons einfach wollte. Wann kriegst du denn schon mal sowas hingestellt? Also wollte ich das voll nutzen. Ist leider aber eins geflohen. Wäre ich doch, nachdem ich gesehen habe, ich habe nur noch drei Bälle auf die goldene Himi-Behre gegangen. Habe ich nicht. Dann gab es sogar ein Shiny mit 27,51. Habe ich hier ein Shiny-Knackrack mitgenommen. 2,800 war dann eins der letzten mit. Das sah auch schon sehr gut aus. 2,800 hat auch hier viele hohe Werte. 2,780 haben wir hier nochmal dabei. Hier haben wir 2,797 und das sind jetzt alle acht von hier. 2, 3, 4. Da fehlen vier. Da fehlen auch vier. Also das sind wohl insgesamt die zwei besten, die ich hier habe. Ich habe ja durch das Ticket mehr Erfahrungspunkte bekommen und mehr Staub und mehr Zeugs und angeblich auch mehr Bonbons vor Ort. Also vor allem Sonderbonbons XL oder irgendwas. Ich habe vorher alles ausgegeben. Ich habe alles immer zu den Ignivore reingebuttert. Ich könnte jetzt meine Ausbeute sehen aus 14 Mega-Knackrack-Rades mit Ticket. Wo man vermehrt also Sonderbonbons XL bekommt. Aus 14 Knackrack-Rades habe ich 5 XL-Sonderbonbons bekommen und 24 normale Sonderbonbons. Zwei Level-Aufstiege hatte ich zwischendurch mit zwei Accounts von Gina. Grüße gehen raus. Ansonsten ja, waren das die ganzen Knackrack, die ich habe, weil das das einzigste Knackrack in Shiny ist, was ich habe und ich jetzt 3350 Knackrack-Mega-Energie habe, möchte ich dieses Shiny jetzt einfach mal mega entwickeln. Denn ich muss sowieso irgendeine Knackrack-Mega-Entwicklung machen, damit ihr das mal seht, wie das aussieht in seiner Shiny-Form auch. Hier, Mega-Pokedex-Eintrag ist hier registriert. Das sieht auch interessant aus. Mega-Level, genau. Guckt euch das doch mal an. Sieht doch eigentlich lustig aus. Sieht so aus wie rechts das Ding. Jetzt müsste ich eigentlich noch eins entwickeln, was das Beste ist bei mir. Da bin ich mir aber noch unsicher. Wenn ich nämlich direkt nur Knackrack eingebe, so, und dann mal nach WP sortiert. Alles, was hier unten ist, was jetzt aus den Rates ist, könnte ich theoretisch wegwerfen. Also, die schmeiße ich mal weg. Ich brauche nicht so viel Zeugs. Das war das Beste ohne Wetterboost. Da fehlen nur drei Schnabber. Jetzt schweiße ich das mal hier weg, obwohl die mit Wetterboost sind. Da fehlen ja auch drei Schnabber, also drei Prozent IV. Ne, vier. Hä? Das sind noch vier. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Zwei. Da ist das eigentlich besser als die anderen. Aber, ich habe mir ja schon versucht, ein bisschen zu helfen, indem ich mir hier eine kleine Armee rangeholt habe, die eigentlich alle auf Level 40 sein sollten. Bei manchen ist das so, bei manchen ist das nicht so. Von denen, die jetzt schon hier drüben sind, was ist da das Beste? Wahrscheinlich die zwei Höchsten. Guck mal, hier ist ein Lucky da mit 3.800. Aber das hat 12, 12, 12, das ist das schlechteste, was du haben kannst. Und dann hast du das hier. Das ist 3.924. Hat ein 93er ist nehmen und das hoch push weil das ist ja hier schon gepusht auf Level 40 und ist auch lucky und braucht er an sich irgendwie dann weniger von allem es ist halt nicht perfekt es ist auch kein 100er ist trotzdem drei Sterne aber das ist das einzige für mich gerade was zählt also werde ich das jetzt hier nehmen und das auch noch mega entwickeln weil das ist jetzt das beste mega knackrag dann was ich habe es ist immer es ist so kompliziert gefühlt wollte ich auf dem habanero account jetzt nicht nur ohne ohne geld spielen also free to play ich wollte eigentlich auch ohne iv spielen dass wenn ich jetzt ein level 40er pokémon mir rüber tauschen kann nehme ich das und dann ist das fertig für mich level 50 push ne sind zu teuer machen nicht viel lasse ich bei manero weg außer bei bestimmten pokémon die ich richtig cool finde wo es nach und nach doch mal gemacht werden kann aber ansonsten eigentlich nur level 40er armeen und auch hier wenn du was auf 40 hast reicht das selbst wenn das 0 0 0 hat ist auf 40 nimmst das mit ist besser als wenn 100er hast auf Level 3 so war mein gedankengang jetzt kommt das ding hier nur 5382 obwohl das ja auf dem maximum glaube ich auch 6100 erreichen kann es ist aber erstmal besser als nichts hätte ich das beste andere ab level 20 entwickelt wäre ich hier vielleicht bei 3600 oder so rausgekommen also für mich einmal hier jetzt mega knackrag dabei hat leider Lehm Schuss und Erdbeben da müsste eigentlich Erdkräfte hin hat dann nicht ich habe aber eine torbladetm die möchte ich aber eigentlich aufheben damit ich immer über die torbladetm mir nachgucken kann was ein pokémon überhaupt alles für attacken hat das kann man damit sehr gut machen was würdet ihr denn überhaupt für ein mega knackrag entwickeln eins mit drachen moves also wo ihr jetzt quick und charge als drache habt oder habt ihr sowieso gesagt ihr habt genügend andere drachen ihr habt euer knackrag komplett nur boden gemacht mit quick und charge wie sieht das bei euch aus schreibt es bei die kommentare das war theoretisch meine ausbeute das sind meine knackrag die jetzt noch hier so ein bisschen rumfliegen ich war es wieder ok dann war es wieder angenehm aber es hat gepasst es hat nicht gedrascht wie beim cdap beim letzten mal wir haben unsere sechs pace zusammen gemacht dann habe ich die acht pace zusammen mit euch nochmal gemacht erst ein stream dann hier so also es war perfekt da muss auch kein 100 dabei sein oder so selbst ohne shiny wäre ich jetzt glücklich gewesen das ist so ich ich bin froh dass ich einfach die 14 raids machen konnte und dem heiko gerecht werden konnte und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus ihr könnt mal drunter schreiben wie war eure Ausbeute wie viele raids habt ihr gemacht was ist euer bestes habt ihr ein shiny bekommen heute und ja was entwickelt ihr und was habt ihr für Attacken da drauf nehmt ihr mega knack krack als drachen angreifer oder nehmt ihr das als boden angreifer dann das ist wichtig das ist interessant peace out vorhaut euer Ramses